ich bin überladen ich bin überladen ins Knie also ich hoffe die Katakomben werden nicht so lange dauern also langsam will ich echt Akteins fertig haben oh hallo wow schrecklich geertetes Leder 25 was kann der mir Fähkzeug mit einer scheiß Reihe boah Moment Mana Tränke brauche ich hier da und da dafür da jetzt bin ich wieder perfekt aufgerüstet boah was hättest du für Fischer das ist Rattenmann Rattenmann ich bin überladen die Geistenormann derweil äh es eignet sich eigentlich gut für Beleidigung Beleidigung ey doch man ja nicht schlecht ja nicht schlecht galen hallo oh äh da war doch 4 ok interessant egal äh stark ok ich kann nicht noch mehr tragen ich bin überladen ich bin überladen hallo ok ab 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 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 10 11 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 9 10 11 11 11 12 10 11 11 12 10 11 12 12 15 16 16 15 Perfekt. Okay. Gut. Wie geht es jetzt weiter mit deinem Spaß da? Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. What the? Was zur Hölle? Was für eine neue Viecher. Das ist ein Riesenspinne. Ich bin nicht einfach die Riesenspinne-Perkette-Alive. Ach. 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 die entwickler haben sich dabei was da habe ich eine idee aha mann und wieso bekomme ich andauernd solche scheiße zugeschickt was haben wir denn da da kommt bitte hier gut oh warte ja ich dachte die Schnauze über die Treppen ich bin heute sehr freundlicher äh so ja ich muss wieder hier lang so perfekt ach mensch ach was machst du denn da es wird gegend das ist aber eh nochmal zu schwer ach nur die spinnt wieder ach ja das wäre aber nicht mal die ziel ach ach ok Moment wir kriegen wieder langsam an trockenen und heiße jetzt noch ein bisschen Orangensaft gönnen mhm Orangensaft mhm ach ok gehen wir jetzt mal hier lang Heiltrank. Hä? Was? Was war denn das jetzt gerade? Boah, Sinnlosigkeit pur. Okay, da ist nix. Puh. Okay, gut. Ja, hier haben wir ein bisschen. Du, sie stirbst. Ach, ne. Alter, das ist ja brutal hier. Das ist ja brutal. Boah, da schaut der blutrünstig aus hier. Boah, ja. Ist ja echt schön lecker hier. Okay, ist ein Fackel. Okay, das sind nur kleine Räume hier. Da geht's auch nicht. Geht's da weiter, da in der Mitte? Also hier lang. Na, geht's wohl nicht. Schade. Puh. Moment, da. Ja, da geht's ja noch weiter. Ach, da war ich. Okay. Entschuldigung. Okay. Okay.